Hallo meine Freunde, kannst du mit dem Film posten, kannst du ein Video meine Freunde Hafti-Stee macht Capital Bar und David Connorenz Er ist jetzt mit seinen Hafti, mit seinen Haft-Tee oder wie der heißt Hafti-Tee, ich weiß nicht wie der heißt meine Freunde, aber im 24.09. kam der raus Vielleicht wird noch eine Review folgen meine Freunde Hafti, aber der Zug ist auch abgefahren Hafti Überleg mal, Kappi, dann dieser Jump Broke, dann Chicken David Wie viel Eis-Tee soll es denn noch geben? Und wenn dieser Eis-Tee von dir genauso schmeckt Irgendwie wie von Chicken David, der irgendwie nach Aldi-Eis-Tee schmeckt Oder nach Lidl-Eis-Tee, dann kannst du das auch sparen Weil eine Million Eis-Tees brauchen wir nicht auf dem Markt Irgendwann klauen die es gegenseitig Kunden weg Dann die krassen Can-Ex mit AMG Und die Laras kaufen sich dann den Hafti-Tee Und die Spotify-Kinder holen sich den Capital-Brat-Tee Und die krassen Heist-Cypiper holen sich dann Dirty oder was Das sind doch wohl eure Zielgruppen oder was? Achtet immer auf eure Zielgruppen, sonst macht ihr kein Money, meine Freunde Okay, meine Freunde, es warst wie die von nur einem Boss Abonnent-Liken nicht vergessen, meine Freunde Bis zum nächsten Mal, meine Freunde Ja, meine Freunde Was ist ein